Herzlich Willkommen an dieser Stelle zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ja, wie gewohnt, Hoffnung um 12, mittwochs Hoffnung um 12, immer sehr gerne, aber heute sind wir in Vorbereitung für heute Abend, Gebet für dich live um 19 Uhr auf Anixe HD und Anixe Plus. Wir sind auch über YouTube für euch erreichbar und da sind wir wirklich im Live-Chat. Da könnt ihr im Live-Chat uns Gebetsanliegen sagen, die kommen direkt hier ins Studio heute Abend rein. Wir beten gerne dafür. Lade auch andere noch ein, mitzuschauen und wir werden heute Abend live hier sitzen und für dich da sein und wenn gewünscht auch für dich beten. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Ja, bis bald. Bis heute Abend, 19 Uhr. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Ja, bis bald.